Wir reiten in den Sonnenuntergang. Mal schauen, was das wieder wird. Was wir jetzt wieder für eine Idee haben. Nix. Nix. Du müsst hier sanft drehen, ne? Hm. Achso, ich muss das... Ja doch. Jetzt. Okay. Warte ich. Machen die andere. Warte ich. Halbe Umdrehung. Machen die andere. So ist es halt, wenn die Taten schneller sind, als das Gehirn das fabern kann. Da ist Sinn. Nix ist... Was war das? Ich wollte versuchen, das sanft in die andere Richtung zu machen. Offensichtlich ist sanft ein CT-Woche-Begriff. Was glaubst du, warum ich hier mit zwei Joghorns in einem... Ding arbeite? Äh, mit zwei Händen an einem... ...Zurück... Mit zwei Händen an einem Ding, ja. Dreh nur ein Stück, oder? Wir sind hier da auch ganz in den. Ich seh doch nicht, dass wir das beide irgendwie... Achso, doch da. Ich darf jetzt das gleiche über dich durch... Oder so... Oh, ne. Ich dachte schon, du kommst gleich bei mir raus. Oh, ne. Warte mal. Warte mal. Joa, warte mal... Joa, ich bewegen. Du könntest auf ein bisschen weniger beim Abgrund weg in der Mitte laufen statt... Wenn ich wüsste, wie das geht, wäre man nicht in der Situation. Gut, die Probe geschafft. Vier Füße. Geh mal zu den Anomens davor. Die komische Karte, mit der wir mal nichts anzuhängen müssen. Hier die, hier die. Die da. Probe, schau hier. Nennt sich das am Volksmund. Okay. Guck erstmal hin. Sieht nur ein bisschen leicht aus. Dann geht's dann bestimmt weiter. Ich glaube, er da drüben geht's, Warno. Und du? Ach so. Das ist nur für die Münze. Ach du. Also, besser ist du machst das sicherlich. Du darfst halt die Dinger noch. Ich muss ja eh zuerst. Ach so. Ach so. Das ist farbig. Das war mir nicht ganz klar. Das ist so ein merkwürdiger Plauton. Das hab ich nicht für voll genommen. Du dachtest, du gehst ja jedenfalls den schöneren Weg. Ich dachte mir, das Sterben schafft man sowieso nicht. Gar nicht auch. Unfrechen. Und erfrechen. Das ist so korrekt. Ja, guck runter. Das ist so korrekt. Ja, jetzt hast du die Brot gemacht. Oh. Ich weiß nicht. Der war schon kaputt. Dankeschön. Der hat den nur angesägt, damit er so als guter Samariter rüberkommt hier. Kollege Pratmos. Da ist er. Oh, ich sehe es vor allem unter dem Boden. Ach so, dann ich dachte mir eigentlich die Gisse. Oh, Jesus. Oh Gott. Weißt du, das Link oder das Rechte? Aha. Gut. Das ist leicht, aber. Warte mal, guck mal hier. Das ist bestimmt da unten weiter. Ja, das ist alles klar. Das ist jetzt die Maschine, um das alles zu machen. Du bist hell, ich bin dunkel. Das klingt vielleicht, sag mal, man müsste den Kugelbot in den Anfänger fallen lassen. Auf, an Anfänger fallen lassen. Offensichtlich haben einige hier zu viel Freizeit auf den Füßen. Oh, da wollte ich auch mal sehen. Ach, da, ach. Oh, geil. Dann öffnet sich das. Oh, ja. Das haben wir uns jetzt gedacht. Viel Glück. Ah, okay. Weg ist die Gugel. Wollten wir schon mal was ausprobieren. Los, komm. Wie soll ich denn? Ach so, ich muss wieder. So, wie ich's gerade gemacht habe. Alles klar. So, das. Wir werden dieses Spiel nie beenden, weil wir hier dran scheitern. Verkehrte Richtung. Da. Fast. Oh, verdammt. Das ist doch perfektes Unspäber im Koop. Mit 5, 8 am Kessel. Geht doch. Da verzichte ich dir auf die komische Münze. So weiß ich dir doch, was ich hier gibt. Was bringt denn hier? Das ist rum. Oh, yeah. Ja, ich versuche, da drauf zu gucken. Geh mal aus der Sonne. Weitschalter. Oh. Oh. Och, jetzt hier. Ah, okay. Hier. So in der Art. Aber hey, du bist nicht gestorben. Lass mich mal erst ein. Ich hänge hier an dir. Auf dir. In dir. Du gehst mal auf das Sprungkissen, bitte. Nur, weil ich schon so oft gestorben bin. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Und jetzt wieder rüber. No. Oh, nein. Doch. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Frag mich nur gerade, ob wir die 30 Tode schaffen. Ich habe bloß gelassen. Jetzt. Das heißt also, ich soll erst mal weiterspringen, ja? Wenn das eh so weitergeht, dann kann ich auch erst mal 1000 Tode sterben holen. Hey. So. Jetzt war noch nicht ganz klar, wie du darüber... Achso, ich muss dich jetzt diesmal treffen, damit du darüber geschleudert wirst. Verstehst du? Ja. Okay, aber die Kult macht erstmal die Türen. Hast du noch recht? Genau. Warte mal. Warte mal. Okay, du fliegst zu wenig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Er hat doch auch eine Reaktionzeit, der Togon. Wird dir schon klar, dass du was zu früh gemacht hast, ne? Ich krieg gleich keine Luft. Ich versuche. Zumindest sterb ich nicht. Das sagt er ja unstarb. Ich muss mich hier drauf halten. Also beide Player hier mit vier Stück. Das kann ich da nicht spielen. Ich versuche. Ich versuche. Jetzt haben wir eine Spelle an. Die wollen mich heute alle verarschen hier, oder? Oh, das ist echt nicht. Wie soll die Prinze erst gehen? Ich sehe schon, das bleibt nicht stehen. Ja, ich kann es nur, ob es nach rechts oder links gehen soll. O, W, C, O, F. Jetzt muss ich teilen. Nein, warte. Ich dachte nicht, dass ich das hier hinkriege. Oh, Gott. Also, wir haben jetzt einfach nochmal die Joy-Cons getauscht. Für alle, die nicht im Raum sind. Warte, warte. Das ist ja schon erstmal geil. Puh, Leben am Limit. Es gibt halt Dinge, in denen du besser bist und Dinge, in denen ich besser bin. Also, ja. Mit vier Füßen. Es gibt halt Dinge, in denen du besser bist und Dinge, in denen ich besser bin. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Den Weg nicht. Den auch nicht. Oh, nein. Was ist?